Es gibt in Deutschland drei zugelassenen Impfstoffe. BioNTech-Pfizer und diese Moderna und AstraZeneca. Zeneca, kaum was geliefert. Vielleicht drei Ampulle, drei Impfstoffe. Uschi von der Leyen hat ausgehandelt, zwei Dosen extra. Dosen, wohlbemerkt. Zugelassen für Leute unter 65 Jahre. Nicht für Rentner. Ich bin Rentner. Habe versucht, Impftermin zu machen. Internetseite überlastet, Hotline Anrufbeantworter. Einmal bin ich sogar hingelaufen zum Impfzentrum hier in der Stadt. Gleich hinten. War niemand anwesend. Merkel sagt, Impfangebot bis Ende des Sommers. Welche Sommer meint die Frau? ISE 2021, 22, 23, 24, 25. Ich möchte endlich wieder draußen blinde Kuh spielen gehen, aber geht nicht, solange Impfstoffflasche leer. Ich habe fertig.